Nach Alkohol, wie lieber Lars Reiß, lieber ländisches Volk, liebes ländisches Volk. Wir haben ja unsere Redezeit an den Ingo Buchholz abgetreten, weil der hat so Karnevalsentsuchten nach drei Jahren. Deshalb tut es bei ihm auch zwölf Seiten. Deshalb einen kräftigen Applaus nochmal für unseren Vorstandsvorsitzenden, der Kasseler Sparkasse Ingo Buchholz. Und ich glaube nicht nur den Ingo Buchholz ging das so drei Jahre ohne Karneval in Kassel, im Landkreis Kassel. Ja, es ist möglich, aber es liegt der Schwäbisch wert. Und wir wollen das auch nie wieder erfahren, das war viel zu viel zu lang. Und deshalb ist es schön, heute Abend in einem voll besetzten, fast voll besetzten Saal, die Empure lassen wir jetzt mal weg, aber in einem voll besetzten Saal in der Mitte. Das Kongressballier hier in Kassel zu schauen, die größten Veranstaltungen im Landkreis Kassel in der Stadt Kassel. Und das Besondere, und das macht uns beide, glaube ich, über Andreas auch sehr glücklich, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön an die Karnevalsvereine im Landkreis Kassel und in der Stadt Kassel. Das war Preisprinzip. Dankeschön. Wir sind aus Kassel, wir sind aus Kassel, Kassel ist die Schöne, danke, heißer Dankeschön, wir sind aus Kassel. Ja, das gibt ja gemeinnützige Stimmen, ihr könnt nicht miteinander, aber wir geben uns jetzt hier auch mal gemeinsam das Händchen, der Tutte, die hier stehen, steht auf der Karneval zusammen, Stadt und Landkreis Kassel und natürlich unsere Kasseler Sparkasse. Und in diesem Sinne, auf den Karneval in Kassel, im Kreis und in Stadt, auf unsere schöne Heimat Landkreis Kassel und Stadt Kassel und auf unsere Kasseler Sparkasse ein Treffer, Galafon, Galafon. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Karnevals, liebe Totalitäten, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, Ich fasse mich jetzt wirklich kurz, ich verspreche es auch. Was mir für heute aber tatsächlich nochmal am Herzen liegt, ist der Gruß an alle Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter. Ich danke sehr herzlich im Namen von uns allen hier oben, dass Sie durchgehalten haben, dass Sie diese schwere Zeit überstanden haben. Sieht man doch hier hinter uns unsere Zukunft, die Karnevalszukunft, da war die Zukunft für unsere Gesellschaft. Und ich danke von Herzen fürs Durchhalten und dass Sie alle weiterhin so für den Karneval brennen und dass wir das gemeinsam feiern. Und von daher sage ich zum Ende meines kurzen Grußwortes, vielen Dank für den Besuch und vielen Dank fürs Durchhalten. Dankeschön.